Hallo Leute, ich bin's wieder auf dem Weg nach Marokko oder Spanien erstmal. Ja, ich bin hier gerade an der Raststätte angekommen. Heute ging's ziemlich gut. Es ist erst 14 Uhr noch was. Mich hat jemand jetzt mitgenommen, ist fast dran ans Mittelmeer. Hier ist schon mediterranes Klima jetzt. Sehr schön, die Meditation, Vegetation wechselt hier auch langsam. Und jetzt ist hier sogar ein bisschen ziemlich großes Gelände. Und hier sind wir total, sogar ein bisschen Wildkräuter zum Essen jetzt. Mal was anderes, lange nicht mehr gemacht. Dann haben wir hier zum Beispiel Nelkenwurz. Sehr lecker. Und wilde Erdbeeren. Ah, wilde Erdbeeren. Ja, das kann man sich gut stärken, wie es dann weitergeht. Nach Barcelona. Möglicherweise komme ich ja gleich nach Spanien. Noch heute. Oder auch Montpellier. In Frankreich noch, am Mittelmeer. Mal sehen. Ja, ging gut heute. Hat mich ein netter Mann mitgenommen. Haben ein bisschen Französisch und Englisch geredet. Querbeet. War sehr schön. Schöne Erfahrung. Na ja, mal gucken, wie es weitergeht. Das war's für heute.